Hallöchen und herzlich Willkommen zu einer weiteren Runde MoonQuest mit der Chico und dem Simon. Ja. So, finally, Open Blocks is arrived. Has arrived. Arrived. Komm mal gerade ins Bett, bevor du Obst Blocks tust. Ja, ich wollte es nur schon mal in 99 Items gezeigt haben. Aber das Einzige, was uns daraus wirklich interessiert, sind die Tanks. Die sind nämlich sau cool. Sau cool. So, mal gucken. Open Blocks. Oh, yeah. Sweet. Mhm. Elevator. Cool, was da alles gibt. Tank. Okay. Tonk. 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 Obsidian. Okay. Und ich wollte hier noch das Ganze ein bisschen weiter automatisieren, dass zum Beispiel gerade, oppala, hier drin unser Stil automatisch gemacht wird oder sowas in der Art. Und dafür, oh, dieser Speed, der ist schon krass. Und ich habe noch hier die Pipes von dir, noch acht Stück. Ich habe da, ja genau, die da schenke ich dir jetzt. So. Habe ich jetzt die falschen verschenkt? Ne, die hat schon die richtigen. Und zwar brauche ich hier dieses Logical Sorter. Da brauche ich Iron, eine Circuit und einen Piston. Haben wir irgendwo noch einen Piston? Aber ich kann hier eben schnell einen machen, weil ich gerade die Mats dafür drin habe. Perfekt. Oh, cool. Piston. Oh, noch nicht. Mhm. Fällt dir irgendwas? Äh, Eisen. Hm. Wart mal, vielleicht kann ich es auch selber machen. Vielleicht habe ich es auch selber. Ne. Warte, ich lege dir mal Gobblestone, Holz, Redstone. Ja. Ah, ne. Was muss ich? Doch, ja. Ja. So, jetzt gehe ich meine Pumpe aufbauen. Und baumpe aufbauen. Da bin ich ja mal gespannt. So, und dann habe ich einen Piston. Und wie war das dann? Hier, das da. Und das da. Genau. Perfekt. Das ist richtig cool mit dem Auto-Dingsa-Boomsa. So. Hier unser kleines Test-Setup. So, jetzt nehmen wir Dender. Und dann nehme ich Dender. So. Und der hier tut jetzt automatisch hier rein. Ich hoffe, ich mache das jetzt richtig. Ähm, ich gebe den blau. Genau, richtig. Das heißt, ähm, dann gebe ich der Pipe hier auch blau. Dann färbt man die. Oh, dann geben wir hier grün einfach. Und dann, obala. Ne, so funktioniert das nicht. Oh. Dann muss ich noch mal abbauen. So. So, 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 so und so. Und das muss hier hin. Genau. Und dann kann ich das hier jetzt nämlich nehmen. Dann nehme ich mir hier ein so ein Teil raus. Und zack. Du sollst mir das hier bitte an. Und zwar nach blau. Blau, 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 blau. Da, blau. Save. So. Genau. Und das sollst du mir immer exportieren. Und hier rein. Ne, nach grün. Nach grün. Hobbys doch. So, safe. Und zwar das hier. Genau. Und das schiebt er jetzt eigentlich direkt wieder in die Kiste. Das heißt, da müssen wir die Pipe überlegen. So. Genau. Ach, genau. Und hier muss noch eine Strict-Pipe hin, weil er sollst nur, wenn es wirklich grün ist. Genau. Oder ist hier kein Platz. Bist du noch da, Chico? Ja, ich bin gerade ganz konzentriert am Bauen. Ich... Dark red, dark green. Input. Es funktioniert. Mein Plan funktioniert. Auto eject. Yeah, geilo. Und es waffelt so schön im Block. Strict Input on. Und das soll nur... Green rein. Genau. Ah, super. Super, 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 super. Der Output? Output ist blau. Was machst du denn? Ich freue mich gerade darüber, dass es funktioniert. Okay. Jihau. So. Hier habe ich mal ein Loch aus für Öl. Strict. Ne, Quatsch. Was war das jetzt? Ne, kann... Haben wir noch nicht gebraucht bis jetzt. Nein. So, wo mache ich denn jetzt mal unseren Öltank? So, genau. Jetzt nehme ich hier noch so eine Strict-Pipe rein. Und die mache ich jetzt hier unten hin. Und so. Und jetzt sollte das eigentlich... Ne, es landet noch nicht da drin, weil es noch keinen Platz hat. Doch, sagt Platz. Ich habe eine lustige Idee. Okay. Ich mache einen Raumtrenner aus Tanks. Hm, es funktioniert nicht. Rot muss es sein, da oben drauf. Ach so. Jetzt habe ich das natürlich wieder... Genau. Dark Green, Grey, Orange, Purple, Dark Red. So. Jetzt müsst ihr es aber eigentlich erkennen. Ne, erkennt es immer noch nicht. Das ist aber doch Red. Ne, es ist Dark Green. Ah doch, es ist Dark Red. Ach so. Ah, okay. Jetzt funktioniert es wieder so einigermaßen. Glaube ich. Habe ich das jetzt hinbekommen? Mal schauen. Coole. So, die tun wir da mal wieder rein. Mal gucken, wie viele da reinpassen. Ein bisschen mehr, als ich dachte. Jetzt muss ich mal da mein Inventar wieder etwas entleeren. Und dann schaue ich mal nach deiner Wurbelpumpe. Was genau du da jetzt gemacht hast. Einfach nur die Buildcraftpumpe mit einer Leitung an den Blocks. Ach so. Ah, ja. Ah, ja. Okay. Und weil es immer nach unten fließt, kann man jetzt unten, wenn ein Block voll ist, den abnehmen, mit hier hinbringen, an unseren Wandtank anschließen, alles auslaufen lassen und dann ist alles hübsch. Oh Gott, dieser Speed, der kann schon nirgends hoch rapseln. Oh man. Also der ist schon schön, aber auch schön hässlich. Ja. Hat schön Vor- und Nachteile, wenn er so ultramäßig ist. Ich wollte da jetzt eigentlich hoch, aber ja gut. Aber das füllt sich eigentlich echt schnell. Mhm. Hm. Auch vier Pumpen drin. Mhm. Und bist du sicher, dass du das nicht über diese Kabel machen willst? Ja, weil das viel, ja, sparender ist. Ja, das schon, aber du musst halt dauernd laufen. Ja, was heißt dauern? Mhm. Macht ja nix. Macht ja nix, das stimmt. Also mir macht das nix. Ja, alles klar. Gut. Ah, hier. Da mach ich noch ein paar davon und das müsste dann eigentlich hoffentlich auch da drin landen. Ich hoffe, das funktioniert jetzt so einigermaßen. Was war denn das? Hallo? Ich mach nur Musik. Ja, ich merk's. Aber. Weiß nicht genau, warum er jetzt nicht... Achso, ich glaub, ich weiß warum. Und Dark Blue. Und wieso macht's der jetzt? Bist du, wieso lässt der das jetzt? Hallo? Ich weiß nicht, warum er denn jetzt nicht möchte. Achso. Ach, weil's deiner ist. Echt jetzt? Ja, egal, ich baue ihn ab. Oh ja, tatsächlich. Rumpst. Weg ist er. Abbau und daschen, aber wegnehmen daschen nicht. Nein. Das ist ja auch lustig. Ja. Aber jetzt funktioniert das hier nicht mehr mit dem Auto rauslassen. Ich verstehe das manchmal echt nicht. Hm. Achso, es ist blau. Blau. Doch, es müsste blau sein. Hm. Also, es ist noch nicht so ganz ausgereift. Oder? Ich blick's einfach noch nicht so ganz. Ja, das kann schon sein. Da ist es nicht ganz so laut. Ah, aber dieser Speed. Hm. Speed, Speed, Speed. Da ist schon... Achso, ich glaub, zwei mit Speed reichen. Mal ausprobieren. Ja, das reicht, glaub ich, gut. Ups. Ah! Entschuldigung. Mit deiner blauen... Dann gib mir die anderen zwei. ...Pokémon-Rüstung. Äh, hier und da. Yippie. Ja, doch. Speed, na, ist gut. Okay, ich hab nur zwei Teile an. Moment, das geht's auch nicht. Oh, ein Dach geht wohl. Passt schon. Geht schon, ja. Wenn du rennst. Boah. Hast du hier nochmal Lava weggenommen? Ja. Ah, okay. Ich setz da mal Blöcke rein, damit man das sieht. Ja, keine Ahnung. Warst du faulen. Ja, ich merk's. Jetzt hast du mal so einen Tank geholt. Moment, muss ich eben noch mich bauen? Achso. Äh, 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 hier. Hm, so langsam haben wir hier ja voll die Ecken hier. Okay. So, das Lager-Eck, das Maschinen-Eck, das Glas-Tank-Eck. Hm. Okay. Hm, Materialien, das tue ich mal hier weg nochmal. Nee, das tue ich eher hier rein. So. So. Oh Gott. Speed ist vielleicht doch nicht ganz so cool hier. Gell, da hoch ist nicht so einfach. Mhm. Schön langsam. Langsam und belächtig. Mhm. Hoch. Oh, der ist schon randvoll. Was macht die Pumpe, wenn sie weiterpumpt und der Tank voll ist? Dann bleibt es in der Pumpe. Beziehungsweise sie pumpt nicht weiter. Ah, alles klar. Mal was unten. Soll ich noch ein bisschen? Jetzt kommt der Clou. Jetzt kommt der Clou. Aha. Ist ja echt toll. Ja, das ist schon. So, und jetzt? Aha. Und jetzt? So, jetzt kommen sie mit. Mit der. Was machen wir eigentlich mit dem Öl? Wir pumpen uns jetzt bloß ab, gell? Ja, wir brauchen es noch für Fuel, um auf den Mond zu fliegen zu machen. Ach, stimmt. Ja. Das war ja letztes Mal unser Problem. So. Einmal abpumpen. Ja. Cool, ne? Ja. Oh, wie cool. Sehr stylisch. Ja, cool. Aber man könnte es ja auch rein theoretisch einfach ein Kabel von drüben hierher legen. Dann hätten wir immer automatisch Öl hier. Ja, das können wir tun. Oder man muss es hier um drei 50 Millionen Ecken liegen, irgendwie. Wieso? Ich weiß nicht, wie das fließt, wenn wir das da rausnehmen. Ah, jetzt machen wir auch schon mal dich hier raus. Ich werde auf jeden Fall die Pumpe gleich mal nach hier hin versetzen. Mach. Hier ran. Ich weiß halt nicht. Ah. Ah. Oh, ich sterbe gleich. Brauchst du das zu essen? Oh, 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 oh. Das Skelett, das Skelett, das Skelett. Ah. Ich hab's. Halb, 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 halb. Lauf. Ich sterbe noch nie mehr. Oh Gott, 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 oh Gott. So. Ne, ich mein' wir, wir haben doch relativ viel von diesem Pumpenkabel, oder? Ja. Relativ. Oder ist das auch relativ schnell dann nochmal gemacht? Okay, dann, äh, legen wir uns mal kurz hin, dann baue ich die Pumpe um. Okay. So. und er hat wieder so eine jam jam cat auf dem kopf ein kiefer mit einem rein in etwa creeper creeper lasst mich rein von der türe steht ein creeper auch schön alles ja gut ja es ist ja cool jetzt der creeper was ist wenn ich weiße herzchen hat was heißt es weiße herzchen sind keine herzchen das heißt ich bin tot rein theoretisch ja aber ich habe null weil also ich habe null rote herzchen ich sehe tote menschen ja tatsächlich war wirklich tot krass jetzt krieg ich wieder so ganz gemach hier hoch und was ist wenn du jetzt die pumpe von unten befüllt fühlt sich trotzdem der tank das macht nix oder der fühlt sich halt nach oben hin einlaufen tut so so immer immer ja ich glaube raus laufen musste da unten abzapfen aber das ist ja das geringste problem noch müssen wir nicht abzapfen das stimmt du weißt was da tust ich bin profi ja okay aha wenn ich nach oben gucke backt mein blog weg den ich in der hand habe oh ja sogar mit allen was hast du auf dem kopf ein solarhelm naja okay okay ja ein solarhelm okay das ist merkwürdig ich habe auch ein pikachu gut an nämlich du nein nein nicht du die spinne okay so gold dust den konnten wir auch für irgendwas verarbeiten brauchen dann machen wir aber dann halt einfach wieder neu da habe ich das da das tue ich jetzt mal hier raus sortieren wie soll ich denn das netherrack mal einsortieren hier vielleicht stone und wood haben wir das schon fertig ne hier 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 das da tue ich auch mal hier noch weg und hier noch weg unser flugschiff da wollten wir auch mal weiter bauen ja stimmt aber momentan müssen wir dann zum mitten irgendwo hin das stimmt ja mal schauen was die kröe macht heute mein hässlichen erblock hier weg bauen ich weiß nicht warum alles weg wenn man nach oben guckt das ist voll merkwürdig allerdings und und wir haben das problem unsere query durch über die nächste folge umsetzen und die hat nur ein markt sie hat nur ein diamant gefunden das heißt da ging relativ viel ins nirvana bin eigentlich nicht sein weil die letzten paar meter viele viele meter hat er jetzt verbracht und hat alles dahin geliefert wo es hin soll ja ja schon aber die kiste war voll ach doch kisten ja das ist immer so ein bisschen ganz viel basalt ganz viel obsidian und ein bisschen redstone ein diamant eine ender halle noch mal uranium bisschen gold auch gold nehme ich mal mit ja nicht so viel raw silicon wo kommt denn der hier jo naja gut da müssen wir nicht mehr aufpassen oder viel viel mehr kisten dran bauen was wahrscheinlich eher die möglichkeit ist das obsidian tue ich mal das basalt dazu rein und das natürlich mal hier dazu rein und das erz das tue ich nochmal hier verarbeiten so gut so automatisch ah ja so sieht das doch gleich viel besser aus ja das ist die falsche hier warte ich gebe sie dir ich habe mich da jetzt einfach durch den boden glaube ich so werde ich das machen ah ich war gebagel bagel uh geht das jetzt mit der hand schneller oh ja das geht mit der hand schneller aber der stein aber nicht ok dann machen wir halt für den stein doch das hier habe ich noch fackeln ja so prima ich gehe schon mal eben das öl entleeren während du da buddelst mhm vielleicht muss ich dann schon noch ein stück eine ganze Weile ich sehe es so ding dong oh jetzt ist meine Spitzhacke kaputt in dem Fall brauche ich da nochmal a little bit iron aber das ist schon cool so mit dem mit dem Speed da gehe ich schon ab das kracht oh guck mal wie viel wir schon haben ey öl ich guck gleich ich guck gleich sind 1 2 3 4 5 6 7 8 19 11 12 13 oh ja mal 11 11 mal 16 liter naja doch da ist schon einiges am start so dann geht es hier wieder rein so naja gleich habe ich es tap tap und wo schließen wir das dann an da drin einfach von unten an dritten einfach ran ich glaube ich bin sogar schon zu weit zu weit muss ich gar nicht so warte hm warte 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 müsste eigentlich passen ja ja du musst jetzt noch genau abbiegen ja ich glaub so müsste ich ganz gut und es gleich an den gang kommen wo der runtergang ist zur Höhle Ah, ja, stimmt. Ja, Runtergang. Mein Gott, ich hab's wirklich nicht drauf. Genau. Hallo. Hallo. So. Dann mach ich das einfach so, he? Voll durchs Ding durch. Macht nix. Kann man durch die... Oh, nee. Kann nicht durch die Pipes durchlaufen. Hat gedacht. Oh. Das wollte ich auch nicht. Und das auch nicht. Hier wollte ich nur noch zumachen. So. Oh, ich hab grad voll die geile Idee. Oh, yeah. Weil wir ja so viel Öl haben, können wir hier einen Tank einmal quer durch den Raum machen, quasi. Quer durch den Raum. Als Wand und dann einfach eine Tür rein. Das ist voll gut. Wir brauchen nochmal Pipes. Das heißt, wir brauchen nochmal ein bisschen Stil und zwei Eimer. Oh, lass mich hier raus. Okay. Ich mach schon mal die Eimer. Und Stil müsste eigentlich in der Kiste vorne drin sein. Wenn das so... Ich hab einen Stil in die... Ah ja, Stil, hab ich. Ja, hab ich. Wurde ich schon einen Eimer machen? Hier? Und? Ah ja, hier. Viele brauchen wir nicht. Vielleicht zwei oder drei. Ich mach mal welche, weil wir sowieso noch welche brauchen, weil wir jetzt grad nämlich gar keine mehr haben. Okay. Das müsste mir eigentlich reichen. Und... Du darfst... Die Eimer. So. Dann baue ich noch ein paar Blocks. Blocks. Das war wieder zu weit gesprungen. Viel zu weit. Oh mein. So. Und das ist auch cool, dass du nicht mehr hochhüpfen musst. Der ein Ding, wo die Blöcke läuft ja sozusagen von allein. So. Und... Connected. Oh yeah. Da fließt auch schon der Subber. Kommt das bei dir an? Jo. Also zumindest wackelt es. Okay. Es wackelt. Aber man sieht... Man sieht... Achso, man sieht nur, wie viel drin ist, aber man hat keine Anzeige, oder? Hoppala. Ja. Keine Anzeige. Okay. Aber es ist mehr als genug. Mhm. So, ich... Und es steigt, glaube ich. Ja, es steigt. Hier so lang, dann um die Ecke. Und hier quasi das Schlafzimmer abtrennen. Ah, wie cool. Und dann... Mal hier... wieder rein. Und wo geht's zum Schlafzimmer rein? Ja, Moment, ich arbeite doch dran. Ach, du arbeitest... Okay. Erstmal den Grundriss legen. Und dann... Ich will auch mal so einen Block setzen. Mhm. Und... Ah, päff. Mehr, 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 mehr. Aber was lustig ist, es... Achso, es merkt sich auf welcher Seite, wie viel drin war, oder? Weil es fliegt ja jetzt nicht. Ja, das ist Schwerkraft. Das heißt, wenn es hier überläuft, läuft es hier rüber. Ah, und füllt sich dann da. Genau, bis es da überläuft, dann läuft es hier oben rüber, in den kleinen da. Cool. Ah, das ist saukool. Yeah. Können uns Häuser aus Tanks bauen. Ja, voll stylisch. Und das füllen wir dann mit Milch und mit Honig und mit Wasser. Genau. Und Glowstone. Genau. Der leuchtet sogar. Das ist eine gute Idee. So, Leuchtsäulen aus flüssigem Glowstone. Oder Force. Aber Glowstone, gibt's das flüssig hier? Ja. Also, warte mal. Ah, nee. Warte mal, wo kam das nochmal her? Liquid. Nee, da gibt's ein Slime-Buckett. Ah, nee, das war, glaube ich, Thermal Expansion. Mit dem Liquid. Mit dem Energized Glowstone. Nein. Ah, leider, leider. Nee. So, ich werfe noch ein bisschen Sand in den Ofen. Und du und wir müssen jetzt nochmal Schluss machen, denn es ist schon wieder spät. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bye, bye.